So, ähm, also... So, Rotkäppchen, was machst du denn hier? Ich hab Brot und Wein für meine Oma. Hm, das ist aber lieb von dir. Mensch, bist du ein fleißiges Rotkäppchen. Jetzt frag mal, wo die Blumenwiese ist. Wo ist denn die Blumenwiese? Ja, da musst du hier vorne links abbiegen, den Feldweg runter und dann siehst du schon die schöne Blumenwiese. Ja, und du musst jetzt sagen, kennst du eine Abkürzung? Kennst du eine Abkürzung zu der alten Oma? Äh, ähm, beim Eichenwald. Ach, beim Eichenwald. Okay, super. Ja, dann danke schön für diese Auskunft. Blumen, Blumen, Blumen. Und jetzt bin ich. So, Achtung, deine Kappe. So rum, ja. So, los jetzt. Schnitt! Schnitt, weiter jetzt. Ähm. Ah, Rotkäppchen, schön, dass du da bist. Großen, oder warum hast du so große Latschen? Schnitt! Meine Haube! Ja, jetzt halt dich doch mal auf. Nochmal jetzt, Brock. Warum hast du so große Tatschen? Damit ich dich besser greifen kann. Warum hast du so große Latschen? Damit ich dich besser fangen kann. Rennen kann. Okay, und warum hast du so große Tatschen? Damit ich dich besser greifen kann. Löse jetzt weiter, schneller. Warum hast du so ein böses Gesicht? Schreckliches Gesicht. Schnitt! Äh. Nochmal, warum hast du... Hallo, wie schön, dass du da bist. Schnitt. Oh, vergiss es. Also, äh, es...